Wenn ich nicht rauche für mein Umfeld, ich habe das wirklich schon versucht. Ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden. Du findest ihn nicht, vergiss es, vergiss es. Ich wünsch dir einen schönen Abend, ich hab keinen Bock. Das langweilt mich. Ey, super Hilfe, Thomas, danke dir, Digga. Du musst erstmal richtig durch. Du bist nicht ehrlich und nicht glaubwürdig. Lass dir mal was, ruf mich wieder an, wenn du wenigstens ganz ehrlich bist. Ach, das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Sag ich dir klar, das ist doch überhaupt nicht ehrlich, was du da abziehst. Du verarschst dich doch selber. Dann sag ich dir, dass du ein Spinner bist. Ja, natürlich bin ich ein Spinner. Ich wollte einen vernünftigen, ehrlichen Dialog mit mir führen.